Wir führen jetzt eine Currywurst. Zuerst braten wir eine Bratwurst. Und dann nimmt man Tomatensoße und stampft es. Und dann macht man Ketchup rein. Und dann rührt man. Und dann macht man Curry rein. Und dann rührt man. Und dann abwarten. Und dann rührt man. Und dann rührt man. Untertitelung des ZDF, 2020